Ich weiß, du hast genug Zeit zum Üben. Du weißt, dass alle Töne draufstehen. Ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, weiß, dass er sich extra ein neues T-Shirt angezogen hat, sich seine eigenen Löffelschläge besorgt hat. Und du darfst dir auch heute drei Töne aussuchen, die du gern möchtest. Natürlich müssen sie auch passen. Und ich schaue mal, was ich für eine Melodie dazu zaubere. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erleben Sie nicht nur einen wunderbaren Moderator und, wie ich in vier Veranstaltungen kennengelernt habe, einen wunderbaren Menschen. Der aber nicht wissen kann. Ich brauche eine Brille, glaube ich. Das ist G zum Beispiel hier. Erleben Sie nicht nur einen wunderbaren Menschen, nein, auch einen wunderbaren Musiker. Hier ist für Sie Ted Stanetsky. Bitte schön. Er kann es aber noch viel schöner. Und jetzt kommt was richtig Schönes. Das geht zu Herzen. René Vakus am Xenophon. Das geht zu Herzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020